Für mich ist der Mensch ein Psychopath, der ist unberechenbar. Für mich ist der Mensch ein Psychopath. Von der hochnedrigen Zicke lasse ich mir überhaupt nicht reinreden. Die kann von morgens bis abends irgendwas predigen. Ich habe meinen Standard, danach leben wir und es wird sich hier nichts verändern. Für mich ist der Mensch ein Psychopath. Nein, stopp! Jetzt reicht es! Nein! Ich bin ein Psychopath. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Und es wird hier nichts dran rütteln. Egal, ob du hier bist und dich. Also tut mir lecker, wenn du uns Psychopathen. Ob es hier nun passt oder nicht. Das ist unruhig. Standard, danach leben wir. Psychopathen, 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 Psychopathen. Psychopathen, 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 Psychopathen. EINSTOPP! Jetzt reicht es! Nein, wer zählt denn die Schnauze? Gelächter! Oh Gott! Für mich ist der Mensch in, für mich ist die Gefahr, da Ent квартиen, das man beressen braucht... Leider haben wir zu uns durch die Party gemacht, wie vorher kämpfen wir essen. Für mich ist der Mensch in, für mich ist die Gefahr, da aus Verhalten. Sie f zeggen, ich kann nicht oft Focus... Das war für mich der blanke Chaos. Und es wird sich halt nichts ändern. Es wird sich halt kein bisschen ändern. So wie, so wie. Es wird sich halt kein bisschen ändern. So wie, so wie, so wie. So wie, so wie. So wie, so wie. So wie, so wie. Mama, kannst du mal ein bisschen sachlich? Also ehrlich gesagt, wäre ich jetzt gerne zu Hause, weil so etwas, was der mir geboten hat, hat mir noch keiner geboten. Und ich finde, es geht nicht mit Menschen. Es war für mich der blanke Chaos, mir sind die Tränen gekommen, ich habe geheult. Was ist das denn? Nein, das ist eine Schnauze! Zu Obert, der Ticke! Das ist eine Schnauze!